Österreich hat eine goldene Generation und deshalb ist man bei der EM einer der Geheimfavoriten. Ralf Rangnick ist als Nationaltrainer ein Perfect Match. Seit eineinhalb Jahren ist er da und dank ihm gibt es einen neuen Spielstil mit Fokus aufs Gegenpressing. Sofort attackieren, mutig sein und so hat man auch einige Top-Nationen geärgert. Ein Sieg gegen Italien, ein Unentschieden gegen Frankreich. Er sagt sogar, sie sind noch nicht am Limit. Jetzt will ich mit euch über ihn reden. Zum einen, wie Rangnick den Fußball in Österreich revolutioniert. Denn, was wir nicht vergessen dürfen, ist, er ist auch für den Erfolg von RB Salzburg verantwortlich. Zum anderen, was er gerade bei der Nationalmannschaft umbaut. Denn davon kann der ÖFB echt lange profitieren. Da passiert gerade einiges. Ich würde sagen, lasst uns mal keine Zeit verlieren. Los geht's. Der Fußball in Österreich hat sich stark verändert. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ohne ihn würde es wahrscheinlich diese goldene Generation gar nicht geben. Ach, und wenn ihr neu hier auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Wir sind gerade auf der Road to 250K. Fast haben wir diesen Meilenstein schon erreicht. Einfach unten auf den Button drücken. So, die Story startet 2012. Ralf Rangnick ist Sportdirektor von RB Salzburg geworden. Im Klub hat es gar keine Philosophie gegeben. Es war ziemlich wild. Beim Treffen mit Besitzer Diddy Mattischitz meinte er, ihr macht so ziemlich alles falsch. Er würde so gut wie alles ändern. Klare Kante, aber es stimmte. RB war chronisch erfolglos. In der Europa League blamierte man sich oft, flog in der ersten oder zweiten Runde raus. Ja, die Dose, die verlieh überhaupt keine Flügel. Ganz im Gegenteil. Rangnick hat auf diese großen Worte dann auch Taten folgen lassen. Schritt 1. Die Kaderstruktur verändern. RB Salzburg ist damals eine Wohlfühloase gewesen. Ohne Ambitionen. Der Kader war sehr alt. Die Spieler verdienten gutes Geld. Es gab keinen Stress und keinen Druck. Rangnick meinte mal, die einzige Drohung, die man machen konnte, war, ey, wir schicken euch ins Exil nach Leipzig in die Regionalliga. Tja, das Mindset im Kader hat sich dann verändert, indem man sich auf Talente fokussierte. Zum Vergleich, die Startaufstellung ist deutlich jünger geworden. 2011 lag der Altersschnitt noch bei 28,4 Jahren. 2012 dann bei 24,3 Jahren. Da wurde wirklich keine Rücksicht genommen. Das war ziemlich radikal. Man baute auf mehrere Säulen, die es auch heute noch gibt. Natürlich die Eigengewächse. Stefan Ilsanker, damals 23 Jahre alt, war davor nur ausgeliehen, weil er an den etablierten Spielern nicht so richtig vorbeikam. Plötzlich hatte er dann eine deutlich größere Rolle. Und zum anderen die Zugänge. Sadio Mane, damals 20 Jahre alt, hatte davor nur ein paar Profispiele. Trotzdem hatte man ihn auf den Zettel und holte ihn vom FC Metz. Jede Saison ist RB diesen Weg weitergegangen. Früher hatte man einen der ältesten Kader der Liga. Jetzt ist es einer der jüngsten. Dazu kommt ja noch das Thema Mindset. Auf Talente zu setzen, hatte laut Rangnick einen Vorteil. Den Teamgeist. Sie erkannten, das meinte er besser. Oh, ich brauche die Kollegen um mich herum, um selbst glänzen zu können. Das spürte er anscheinend bei den älteren Spielern nicht mehr. So kommen wir dann zu Schritt 2. Ein neuer Spielstil wurde installiert. RB Salzburg ist damals relativ konzeptlos gewesen. Ab und zu gab's tollen Offensivfußball, dann doch wieder eher defensiv orientiert, je nachdem, wer gerade Trainer war. So war dann auch der Kader relativ viel zusammengestellt. Da passte wenig zusammen. Rangnick hat dann klargemacht, okay, wir brauchen eine Spielphilosophie, die überall identisch sein muss. Eben der RB-Stil. Umschaltspiel, aggressiv bei der Balleroberung, nachrücken. Das klappt nur im Kollektiv. Das Verhalten vom ganzen Team ist wichtig. Und Talente haben logischerweise ein bisschen mehr Energie, um das dann auch zusammen umsetzen zu können. Roger Schmidt ist vom SC Paderborn gekommen. Er stand für diese Art von Fußball. RB hat zwar die Philosophie vorgegeben, aber der Trainer konnte sie dann so interpretieren, wer das wollte. Er durfte sich, wenn man so will, frei entfalten. Alle RB-Standorte sollten es durchziehen, auch in der Jugend. Dafür gab's dann extra Workshops in der Theorie und in der Praxis. Das Motto, bei RB wird's erst so richtig interessant, wenn man den Ball jagen kann. Rangnick hat da immer wieder eine Statistik gezeigt, und zwar 50% der Tore fallen nach einem Ballgewinn, nur 15 im ruhigen Aufbau. Wenn die gegnerische Defensive nicht sortiert ist, ist es leichter, ist ja logisch. Deshalb gibt's die 10-Sekunden-Regel. So lange sollte es dauern, von der Balleroberung bis zum Abschluss, daran sollten sich alle orientieren. Klar, der Angriff soll sauber und nicht hektisch zu Ende gespielt werden, dann darf es auch mal 1, 2, 3 Sekunden länger dauern. Diese Vertikalität im Spiel ist ja bis heute wichtig. Ralf Rangnick ist ein Perfektionist und auch ein bisschen ungeduldig. Er will schnell Dinge ändern, und am Anfang gab's da intern viel Ärger. Aber er hat die Pflastersteine auf die Straße gelegt, auf der man jetzt fahren kann, das sagt er selbst. RB Salzburg ist seit 2012 brutal erfolgreich, 18 nationale Titel haben sie gewonnen. Davor strahlte man diese drückende Dominanz eben nicht aus. Worauf ich hinaus will ist, Rangnick ist ein Entwicklungshelfer. Dank seiner Ideen ist der Fußball in Österreich qualitativ deutlich besser geworden, das war der Grundstein. In der UEFA-Fünfjahreswertung lag die Bundesliga davor auf Platz 19, jetzt ist sie auf Platz 10. RB bildet aus, Trainer, Spieler, Scouts, und die bleiben ja nicht ewig in Salzburg, sondern gehen dann auch mal zur Konkurrenz. Dort machen sie dann weiter und profitieren von dem, was sie in Salzburg gelernt haben. Der RB-Einfluss ist überall zu spüren, im ganzen Land und in der ganzen Liga. Es ist wie so ein Netz, das gespannt wird. Die aktuelle Generation ist mit diesem RB-Stil aufgewachsen. Deshalb braucht Österreich einen Nationaltrainer, der ihn spielen lässt. Und genau den haben sie jetzt gefunden. Österreich ist für die Europameisterschaft qualifiziert und für mich ist man ein Geheimfavorit. Ralf Rangnick ist jetzt seit 1,5 Jahren Teamchef und für ihn ist es natürlich ein spannender Job, denn er kann Dinge verändern. Es ist quasi ein weißes Blatt Papier und darauf kann er malen. Eine sehr ähnliche Situation wie damals bei RB. Sein Statement am Anfang, naja, Heldentaten von Österreich sind ja schon lange her. Und da hatte er recht. Bei der EM 2021 ist man zwar bis ins Achtelfinale gekommen, aber nur mit Ach und Krach. Auf diesen defensiven Ergebnis Fußball hatte keiner Bock. Und bei der WM-Quali ist der dann richtig schiefgegangen. Sein Ziel, Euphorie entfachen und die Lethargie beenden. Zitat, Fußball hat auch immer mit Unterhaltung zu tun. Ja, proaktiv sein, mutig spielen, eben dieser typische RB-Stil. Der Fokus liegt auf dem Gegenpressing. Das ist der größte Unterschied. Und deshalb würde ich sagen, lasst uns mal das anschauen. Hier gegen Italien. Ein Testspiel. Österreich verliert den Ball und da fällt direkt auf, wie viele offensiv sind. Sieben Spieler, alle in der Nähe des Balls. So ist es dann auch leicht, ins Gegenpressing zu gehen. Sie machen ständig Druck, sie orientieren sich nach vorne und wollen in den Zweikampf gehen. Achtet auf Nikolaas Seibald. Er ist markiert. Als einziger Feldspieler hat er in der Quali nonstop gespielt. Wieso? Ganz einfach. Er holt sich immer wieder den Ball und schaltet dann direkt um. Er ist unverzichtbar. Er hält den Ball nur kurz und will ihn direkt weiterleiten. So gibt es dann einen Doppelpass. Der Gegner ist unsortiert, weil es so schnell geht. Und so entsteht dann eine richtig gute Chance. Das ist ein typischer Angriff. Der Ball ist aber nicht drin. Ja, das ist die neue Stärke von Österreich. Zum Vergleich das Verhalten nach einem Ballverlust. Früher sind sie ein paar Schritte nach hinten gegangen, sehr vorsichtig gewesen und haben erst mal abgewartet. Jetzt wird direkt attackiert. Sie jagen den Ball, was eben zur österreichischen Ausbildung deutlich besser passt. Statistisch ist das auch ziemlich gut zu sehen. Die Pässe per Defensive Action. Da wird gezeigt, wie lange man braucht, um den Ball wieder zu erobern. Sprich, wie viele Pässe. Der direkte Vergleich gegen Italien. Erst bei der EM 2021, als man im Achtelfinale rausgeflogen ist. Im Schnitt 14,75 Pässe. Und beim Test 2022, da waren es nur noch 8,9 Pässe. Es ist top, wie schnell sie diese neue Philosophie umgesetzt haben. Es passt besser zu den Spielertypen, die im Kader sind. Sie werden quasi von der Leine gelassen. Christoph Baumgartner hat dann einen Satz rausgehauen, und zwar Zitat, Rangnick hat uns ein neues Denken beigebracht. Wir machen uns nicht mehr in die Hose. Ja, es sind die simplen Dinge. Jeder hat Bock drauf, und das ist der Schlüssel. Wichtig ist natürlich noch das In-Game-Coaching. Sollte der Plan nicht klappen, braucht man eine Alternative im Kopf. In der Quali gegen Aserbaidschan, das Hinspiel. Die ersten 20 Minuten hat man sich schwergetan, denn das Pressing ging schief. Man lief mit zwei Angreifern an, Aserbaidschan schlug deshalb viele lange Bälle, was man so nicht erwartet hatte. Das Problem, im Mittelfeldzentrum waren die Österreicher in Unterzahl und verloren so die Kopfballduelle. Deshalb schub Rangnick einen Angreifer nach hinten, damit er hilft. Österreich bekam das Spiel in den Griff, kontrollierte und dominierte. Der entstand 4 zu 1. Es ist nicht mehr nur dieser eklige Ergebnisfußball, sondern wirklich attraktiv. Ralf Rangnick hat seine Philosophie in einem Satz erklärt, wir dürfen nicht Fußball von der Stange spielen. Ja, Österreich braucht ein Alleinstellungsmerkmal. Man will eine Top-Nation sein, oder zumindest wie eine Auftreten. Rangnick hat gemeint, in der Besprechung wird 30 Minuten über den eigenen Stil geredet und nur 5 Minuten über den Gegner. Okay, das ist bestimmt ein bisschen überspitzt von ihm. Trotzdem, ein klarer Matchplan, man muss an sich selbst glauben und sollte den Stil nicht zu sehr an den Gegner anpassen. Man bleibt sich treu. Ein Faktor sind da noch die Verletzungen. Egal wer spielt, die Spielidee ist noch immer zu sehen. Jetzt im Oktober sind zig Stammspiele ausgefallen, hier ist mal die Liste. Ja, da muss man dann out of the box denken. Und ja, man blieb proaktiv, man blieb mutig. Hier beispielsweise im Spiel gegen Belgien. Beim Ballverlust sind wieder sieben Spieler vorne. Die Aufgabe ist, der Spieler in der Nähe des Balls greift an. In dem Fall ist es Sascha Kalajcic. Er ist frisch nach einem Kreuzbandriss zurück. Der Rest wartet erst mal ab. Es gibt viele Eins-gegen-eins-Duelle. Alexander Pras ist auch das erste Mal in diesem Jahr in einem Länderspiel zu sehen. Sie provozieren den Fehlpass, weil es eine klare Zuteilung gibt, auch im Zentrum. Beim Ballgewinn geht's dann direkt vertikal. Konrad Leimer zieht aus der Distanz ab und das ist dann der Anschlusstreffer. Österreich bleibt sich treu, gibt nicht auf. Egal wie's steht, so haben sie eine Aufholjagd gestartet, noch ein Tor geschossen und fast sogar den Ausgleich. Das ist Mentalität und Gier, man ist kompromisslos. Um so auf den Punkt zu bringen, Österreich kann bei der Europameisterschaft erfolgreich sein. Und das liegt an drei Dingen. Erstens, der Kaderqualität. Es sind viele Spieler im Ausland bei richtig guten Klubs. Zweitens, der Spielstil. Er passt zu den Stärken der Jungs. Sie wollen aggressiv sein und den Ball jagen. Da passen jetzt schon die Automatismen. Und drittens, der Underdog-Status. Österreich wird bei der Europameisterschaft nicht das Spiel machen müssen, sondern kann sich aufs Pressing konzentrieren. So wird man dann die großen Nationen richtig ärgern können. Hier mal die Frage an euch. Was traut ihr Österreich bei der EM zu? Wie weit können sie kommen? Schreibt mal das mal unten in die Kommentare. Für mich sind sie wie gesagt ein Geheimfavorit. Okay, das Ziel sollte sein, endlich ein K.O.-Spiel zu gewinnen. Das haben sie zum letzten Mal 1954 gepackt. Krass, oder? Wie gesagt, Heldentaten von Österreich sind schon lange her. Der Fußball in Österreich kann von der aktuellen Phase langfristig profitieren. Ja, Ralf Rangnick ist Teamchef, aber wir alle kennen ihn. Er hat das große Ganze im Blick und will Dinge verändern. Zum Beispiel die Jugendarbeit. Eine Idee ist schon umgesetzt worden, der Perspektivlehrgang. Die besten Talente aus mehreren Jahrgängen sind eine Woche zusammen ins Trainingslager geflogen. Zum einen, um zu scouten, ob sie in Zukunft interessant sein können. Zum anderen, um die Prinzipien zu vermitteln, was für eine Art Fußball man spielen will. Rangnick ist da, er leitet das Training. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr kriegt Tipps und Anweisungen vom Nationaltrainer. Es ist halt brutal motivierend. U21-Trainer Werner Gregoritsch hat er noch gemeint, Wir hatten, glaube ich, noch nie einen Teamchef, der sich so für den Nachwuchs interessiert. Der Lehrgang ist vor einem Jahr gewesen und einige Talente haben mittlerweile ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft gefeiert. Das zeigt, dass die Tür offen ist. Es wird versucht, sie so schnell wie möglich zu integrieren. Dieses Trainingslager soll jetzt Tradition werden und jedes Jahr stattfinden. Im Sommer gab es schon das Zweite. Also das ist wirklich ein neuer Weg, der sehr viel bringen kann. Eine andere Sache ist das Heimstadion. Österreich spielt fast immer in Wien. Es gibt eine eigene Heimat, das Ernst-Happel-Stadion. 1933 gebaut, natürlich wurde es renoviert. Modern ist es trotzdem nicht. Es ist unangenehm, dort zu spielen, unter anderem wegen der Laufbahn. Die Fans brauchen ein Fernglas, um die Spiele zu schauen. Das Stadion ist außerdem zu groß. 50.000 passen rein, was für eine Atmosphäre eher kontraproduktiv ist, weil es oft nicht mal ansatzweise ausverkauft ist. Der ÖFB wünscht sich eine moderne Arena, die vielleicht auch ein bisschen kleiner ist, kriegt sie aber nicht. Man will unbedingt in Wien bleiben, weil es halt die Hauptstadt ist und dort wird gerade die neue ÖFB-Zentrale gebaut. Rangnick hat deshalb ne Lösung vorgeschlagen. Man könnte doch ins Rapidstadion ziehen. Tja, da gibt's Ärger mit den Ultras. Sie wollen nämlich nicht, dass Fans von anderen Klubs in ihrer Kurve stehen und fremde Sticker dahin kleben beziehungsweise das Stadion verunstalten. Rangnick ist da komplett auf Konfrontation gegangen, was aber nix gebracht hat. Die Nationalmannschaft darf da nicht rein. Ja, in Österreich ist vieles etwas speziell. Und die Trainerausbildung soll angepackt werden. Das Ziel soll sein, die Top-Trainer besser zu fördern und eben nicht nur die Breite. Die Pro-Lizenz ist ja die höchste, die man machen kann. Und Rangnick ist da eine Sache aufgefallen. Bei einem Lehrgang hatte Österreich so viele neue Trainer wie Deutschland und die Schweiz zusammen dabei, obwohl man ein vergleichsweise kleines Land mit wenigen Einwohnern ist. Zur Einordnung, das ist wichtig zu wissen, das liegt unter anderem daran, dass der Lehrgang nicht jedes Jahr gemacht wird. Und trotzdem, er, also Rangnick, will nicht nur die Quantität fördern, sondern vor allem die Qualität. Österreich hat ja einige Top-Trainer. Oliver Glasner ist unter ihm bei RB gestartet und legt eine große Karriere hin. Er hat ja mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen. Ralf Hasenhüttl hat mit dem FC Southampton in England als Underdog wirklich abgeliefert. Zwischenzeitlich war man in der Premier League ja sogar auf Platz drei. Ein Trainer soll Klubs entwickeln können, etwas aufbauen und das muss man effektiver fördern. Ralf Rangnick zeigt hier Weitblick, denn er ist 65 Jahre alt und wird seinen Job nicht mehr ewig machen. Es geht ja auch um die Zukunft der Nationalmannschaft. Jetzt ändert er die Strukturen und den Fußball. Sein Vertrag läuft bis 2025. Sollte man sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren, macht er die wahrscheinlich auch noch mit, aber was ist danach? Einen Plan sollte es schon jetzt geben, denn wenn die Ausbildung passt, ist die Chance auch größer, einen passenden Nachfolger zu finden. Ansonsten haben wir wieder irgendwelche Diskussionen mit, hey, macht es Andreas Herzog. Nein, bitte nicht. Sieben, ein Fazit. Österreich hat eine goldene Generation, die endlich das eigene Potenzial zeigt. Rangnick hat das sportliche Konzept umgestellt und generell viel verändert, was dringend nötig war. Der ÖFB war lethargisch. Österreich ist jetzt aus der Komfortzone raus und wird dafür belohnt. Die Nationalmannschaft ist in der besten Form seit einer Ewigkeit und deshalb für mich ein Geheimfavorit bei der EM. Jetzt gibt es das große Duell zwischen Österreich und Deutschland. Ich bin im Ernst-Happel-Stadion vor Ort, hab mega Bock drauf, denn viele von euch wissen es wahrscheinlich eh schon, eine Hälfte meiner Familie kommt aus Österreich, die andere aus Deutschland. Von daher, das wird richtig, richtig geil. Vielleicht sieht man sich. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, viel Spaß bei dem Spiel, haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.